Warum denn, Jimmy? Nein, so geht das nicht. Du verlierst alles. Hä? Leute, was ist denn hier los? Brexi, warum weinst du denn? Ich hab mein Haus verloren und ich bin pleite gegangen. Wie das denn, Brexi? Und Jimmy, was hast du damit zu tun? Warte mal. Also, Brexi, du darfst erstmal nicht mehr dein Haus betreten. Rody, weißt du es doch nicht? Ich bin der Immobilienmakler und ich bin verantwortlich dafür, dass die Leute ihre Miete zahlen. Und Brexi, hast du deine Miete nicht gezahlt, du Doofkopf? Nein, hab sie vergessen, aber du weißt doch, ich bin doch arm dran und... Nein, ich kann keine Ausnahme mehr machen, Brexi. Du hast dein Haus verloren und all dein Hab und Gut auch. Rody? Oh Mann, Brexi, weint es nicht. Bei mir läuft es eigentlich ganz gut, aber, ähm... Ja, eigentlich könnte es doch viel besser laufen, Odi. Für was ist das denn, Jimmy, jetzt? Das ist nicht gemein. Das ist nicht gemein. Odi hat doch letztens, naja, er so weiß schon, er hat was gemacht, was du nicht gemacht hast und hat ganz viele Diamanten bekommen dadurch. Willst du mir jetzt sagen, dass ich reich bin, Jimmy? Ja, du hast gute Arbeit gemacht, Odi, und dein Arbeitgeber hat gesagt, ich soll die Diamanten geben. Wie cool, Leute, ich bin jetzt reich. Aber mein Freund Brexi ist leider arm. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Aber es ist mir egal. Du kannst ruhig arm sein, ich, äh, reich sein. Ich, ich baue mir ein armes Haus, das viel cooler ist als dein blödes Haus. Hä, ich hab dir doch gar nichts getan, du Doofkopf. Ich wollte dir gerade anbieten, dass du bei mir wohnst. Aber die Herausforderung, die nehme ich an, du Doofkopf. Was, Leute? Nein, Jimmy, sei ruhig. Wir machen eine Bau-Challenge. Arm gegen Reich. Ich werde dich fertig machen. Ich, ich weiß genau, was ich bauen werde. Was denn? Eine Dreckelte oder was? Haha, da lache ich mich schlapp, du Blödmann. Der war gut, Odi. Ja, ich hab... Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Dann komm mit, du Blödmann. Du brauchst dich gar nicht... Warte mal, woher gehst du? Das ist gar nicht mehr dein Haus. Genau, das ist... Ich hab mir meine Sachen mitgenommen. Ach so. Mein Haus. Ab sofort ist hier für euch Zugriff verboten. Und wisst ihr was? Der Gewinner bekommt 5000 Diamanten. Wow, das heißt, wenn ich gewinne, kann ich Brexys Haus kaufen. Naja, der Preis liegt bei 5001 Diamanten. Aber ich hab hier noch 50 Diamanten, deswegen werde ich's dann kaufen. Haha, los, Brexi. Wir gehen jetzt zu der Bau-Challenge und ich baue dann die beste und die größte Villa der Welt und du musst ein armes Haus bauen. Haha. Das sehen wir ja. Komm schon. Viel Spaß. Danke, Jimmy. Oh, Leute, wir müssen jetzt zur Bau-Challenge. Wir werden gegen Brexi arm, gegen reich. Haus-Bau-Challenge machen, Leute. Und Leute, Brexi, geh mal vor, du Doofkopf. Wenn ich gewinne, dann kaufe ich Brexys Haus wieder zurück und schenke es ihm einfach. Dann wird er nie wieder aus seinem Haus geworfen, weil das tut man nämlich für seine Freunde, Leute. Und wenn ihr diese Idee cool findet, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt direkt bei der Bau-Challenge. Los geht's. Oh, Brexi, wir sind endlich da. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ah, na, los. Ab gegen reich. Komm schon. Oh, oh. Hä? Brexi, guck mal, ich kann fliegen, Leute. Oh, das ist wieder dieser Kreativboden, wo wir alles haben in unserem Inventar. Oh, warte, da muss ich mal reingucken. Wow. Leute, wir haben wirklich alle Blöcke, die wir brauchen heute. Und ich darf alle Blöcke benutzen und Brexi darf nicht alle Blöcke benutzen, weil du bist arm. Haha. Bist du bereit, Brexi, für arm gegen reich? Ich bin sowas von bereich. Das werde ich noch überraschen. Das werden wir schon sehen. Okay, Brexi, dann legen wir los. Geh auf deine Seite, du doofkopf. Okay, Brexi, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, um uns eine Villa zu bauen. Bist du bereit? Oh, zehn Minuten ist viel zu kurz, aber ja, los. Los geht's. Okay, Leute, und wisst ihr, was wir benutzen werden? Wir nehmen einmal den Goldblock, weil Reiche haben immer Gold und natürlich den Diamantblock, denn wir werden unser Haus aus Gold und Diamant machen und zwar eine Hälfte aus Diamant, Leute. So, wartet mal. Ab hier, zack, schaut mal, ganz viele Diamantblöcke, Leute, die ich in Wirklichkeit bekommen werde. Oh, mein Gott. so und dann machen wir hier, so ist die Hälfte und die Hälfte mit Goldblöcken. Boah, das wird so cool aussehen, Leute. Ich freue mich jetzt schon und ich werde Brexys Haus kaufen für immer und zurückgeben. So, Brexi, wie weit bist du schon, du doofkopf? Lass mich in Ruhe. Ich habe schon das beste Haus der Welt, du doofkopf. Das werden wir jetzt sehen, die Zuschauer entscheiden am Ende. Ja, du hast recht, aber ich werde dein Haus kaufen. Haha, und dann kannst du aus der Insel gehen. Leute, ich stichle einfach nur ein bisschen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich meinen besten Freund natürlich auf die Straße setze. Niemals, das würde ich niemals tun. Brexi, wie weit bist du schon mit deinem Popelhaus? Bestimmt bist du schon fertig. Haha. Das ist nicht lustig. Das ist schon lustig, ich finde es lustig. So, Leute, wir bauen jetzt hier erstmal die Wände und die werden so richtig, 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 richtig krass. So, zack, zack, zack. Und diese Wand hier noch, Leute, zack, 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 zack. Oh mein Gott, da haben wir schon bald die Diamantenseite fertig, Leute. Aber ich will hier natürlich noch mit Akzenten arbeiten und zwar seht ihr das gleich, Freunde. Ich mache jetzt hier erstmal diesen Block hier noch fertig, den Goldblock, so eins und so eins und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir haben unseren Block fertig und jetzt müssen wir natürlich Fenster machen, Leute, kommt schon, kommt schon. Hier ein Fenster, dann machen wir hier ein ganz großes Fenster, Leute, weil wir wollen ja eine richtig schöne Aussicht haben und hinten machen wir auch ein ganz, ganz langes Fenster, Leute. Boah, bis jetzt sieht das noch aus wie so ein kleines Blockhaus, aber das wird sich schon noch ändern, Leute, glaubt mir, denn wir machen außen noch das Haus so richtig, richtig cool, weil wir haben dann so ein Diamant-Gold-Haus und zwar werden wir das so machen. wir machen hier eine Schicht noch, zack, aus Gold, so, dann hier außen noch, das weg, so, wow, okay, und dann machen wir hier noch mal aus Diamanten, Leute, Brexit, wie weit bist du schon? Ich bin fast fertig. Hä, jetzt schon? Haha, ich brauche noch voll lange, weil mein Haus riesig ist. So, Leute, das heißt, wir brauchen noch Glas und zwar nehmen wir natürlich das volle Glas, so, zack, 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 dann haben wir unsere Glasscheiben, wir werden uns natürlich noch einen Pool hinbauen, Leute, weil jeder, der reich ist, hat natürlich auch einen Pool und Laser, Leute, deswegen habe ich das hier so gebaut, wir werden unser Haus mit Laser schützen, weil wir sind ja reich, Freunde, wir müssen ja unsere Diamanten schützen, das ist doch glasklar! Und jetzt brauchen wir Laser, Freunde, so, zack, einmal die Laser und die, ähm, Panels, nein, die Pads, hier, Freunde, zack, und dann werden wir erstmal unser Haus mit Lasern schützen, Leute, so, hier oben, überall kommen Laser hin, zack, natürlich beim Eingang nicht, Freunde, da muss man ja noch irgendwie reinkommen, aber da machen wir noch eine Sicherheitstür rein, so, zack, zack, und zack, Freunde, ich mache jetzt über Laser hin, Braxy kann sich nicht mal einen Laser leisten, schaut mal, wie viel Laser ich habe, haha, Braxy, aus was besteht denn dein Haus? Hm, wirst du schon sehen, lass dich überraschen, das ist bestimmt so ein, so blödes Holzhaus, haha, so ein richtig arbes Holzhaus, und so, und jetzt bauen wir eine richtig coole Tür, Freunde, dafür müssen wir erstmal schauen, welche Tür wir am besten nehmen konnten, wow, schaut mal, diese Tür sieht doch krass aus, in Gold, aber ich glaube, die können wir nicht aufmachen, diese Tresortür, deswegen brauchen wir eine andere richtig coole Tür, und wisst ihr, und wisst ihr, was noch sehr teuer ist, eine Carbon Tür, Freunde, schaut mal, wie krass die aussieht, und dann brauchen wir noch eine Klingel, die sogar funktioniert, Leute, und einen Knopf, so, einen Knopf, Leute, den machen wir genau hier, ups, den machen wir hier hin, dann können wir die Tür hier aufmachen, und die Tür wieder zu, und hier wieder auf, und so, und dann können wir raus und rein laufen, wie cool ist das denn, Leute, dann würde ich mal sagen, verbinden wir hier das Stück noch, und dann schaut mal, wie unser Haus schon aussieht, wie cool, so, und wie da wir keine Schmalspur sind, Leute, machen wir auf das Dach, einen richtig dicken Pool, dafür brauchen wir, Quarz, Freunde, den coolsten Pool der Welt bauen, so, zack, 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 wartet mal, ich habe noch eine Idee, Freunde, wir machen hier noch eine Landefläche hin, für den Hubschrauber, das wird richtig, richtig cool, denn einen Hubschrauber haben wir auch, so, ein H für Hubschrauber, da landet danach an den Hubschrauber, und hier haben wir unser Pool, das machen wir aber zuerst, Freunde, so, zack, 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 und zwar brauchen wir so ein Sprungbrett, Freunde, schaut mal, wie cool, wir haben sogar ein Sprungbrett, und da wir, da wir reich sind, machen wir sogar noch ein Sprungbrett, hier hin, Freunde, ein richtig hohes, wartet hier daneben, so, und, dann brauchen wir das Sprungbrett, und platzieren das hier, oder haben wir nochmal ein Sprungbrett, wie cool, und natürlich braucht unser Pool ein, äh, braucht unser Pool Wasser, so, wir nehmen uns den Eimer, Freunde, die Zeit läuft, Odi, ich weiß, Braxy, ich bin auch schon bald fertig, du Doofkopf, ich hab sogar, was richtig, richtig cooles gemacht, haha, so, und dann brauchen wir noch eine Leiter, Leute, so eine, boah, sieht das cool aus, und da kommt schon, kommt schon, kommt schon, zack, 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 hier hoch, dann können wir hier hochklettern, ohne Probleme, und hier machen wir auch eins hin, Freunde, dann haben wir unseren Pool erstmal fertig, und ich würde mal sagen, wir brauchen natürlich einen Landeplatz für unseren Hubschrauber, und den haben wir ja schon fast, wir haben das Haar schon gebaut, dann müssen wir das außenrum nur schwarz machen, dass die Hubschrauber das von oben sehen, weil die Diamanten werden sonst den Hubschrauberflieger komplett blenden, Leute, und das darf ja auch nicht sein, der darf ja nicht abstürzen, und wir können sogar ein, ähm, hm, wir machen ein Sofakopter hier hin, haha, mit dem wir sogar fliegen können, Leute, seid ihr bereit? Sofakopter los, wow, 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 das ist so cool, aber ich parke lieber mal, Leute, bevor ich hier, bevor ich hier irgendwas doofes mache, wir haben sogar einen Sofakopter, einen Pool, auf unserem Dach, Freunde, jetzt müssen wir jetzt noch schnell die Inneneinrichtung, machen, kommt schon, kommt schon, kommt schon, so, wir brauchen ein Bett, und das packen wir einmal hier hin, und das andere hier hin, wow, wie cool das aussieht, natürlich alles in lila, Leute, dann brauchen wir Lampen, äh, ne, brauchen wir erstmal, wir brauchen erstmal hier, schaut mal, so eine Minibar, wow, das ist bestimmt cool, das hat Braxy nicht, Leute, wir machen hier eine Minibar hin, da können wir uns immer eine Cola dann rausnehmen, oh, das geht gar nicht, die müssen wir hier hin platzieren, und hier hin, und dann brauchen wir noch, für eine Couch, wobei, das machen wir nicht im Schlafzimmer, wir brauchen, oh, so einen kleinen Pilz, boah, das ist cool, Leute, für, wenn Nacht ist, kann man die einfach anmachen, Leute, und dann brennen die, oh, wie cool das aussieht, das Schlafzimmer, Leute, und was fehlt natürlich noch im Schlafzimmer, hm, lasst mich überlegen, natürlich, Freunde, wir brauchen einen Fernseher, aber nicht so einen großen, wie im Wohnzimmer, passt mal auf, wir nehmen den, doch, wir nehmen den größten, wir nehmen den größten, weil wir ja, wir sind ja nicht arm, Freunde, wir platzieren uns hier den Fernseher hin, und dann haben wir sogar ein Fernseher in unserem, in unserem Schlafzimmer, wie cool, dann brauchen wir noch eine Küche, Freunde, und zwar nehmen wir ein Waschbecken, dann nehmen wir das hier, und wir brauchen, was brauchen wir noch, Freunde, einen Kühlschrank brauchen wir auch noch, hm, hier einen Mixer, oh, ich habe richtig viele Sachen, einen Ofen, eine Waschmaschine machen wir einfach auch in die Küche, so, und einen Toaster, zack, oh, ich habe schon fast eine Küche fertig, oh, das ist unfair, mhm, so, zack, zack, und ich habe sogar eine Mikrowelle, Brexy, und einen Toaster, zack, und einen Mixer, Leute, sehr gut, unsere Küche ist auch schon fertig, wobei wir können das hier eigentlich noch, hier weitermachen, so, dann steht unsere Küche auch, dann brauchen wir noch einen Esszimmerbereich, Freunde, das ist ganz, ganz wichtig, dann nehmen wir das hier, dieses helle Birkenholz, das sieht richtig cool aus, so, hier kann ich dann mit meinem Freund Brexy essen, und natürlich mit Lomi, Hannah, äh, Jimmy, äh, Schleimi, alle meine Freunde, Leute, die können hier alle Platz nehmen, boah, das sieht so cool aus, das heißt, wir müssen noch in die Mitte, ein, ein Wohnzimmer machen, dafür brauchen wir ein richtig cooles Sofa, schaut mal Leute, ich habe das coolste Sofa der Welt gefunden, und dann brauchen wir noch einen Fernseherstand, schaut mal, wir platzieren hier den Fernseher hin, boah, das sieht schon so cool aus, Leute, ein Sessel noch, da wo ich immer drin sitzen werde, und uns fehlt noch was ganz, ganz wichtiges, Leute, und zwar eine Konsole, habt ihr auch eine Konsole, Leute, wenn ja, dann lasst jetzt einen Like da, und natürlich ein Abo, denn wir machen uns hier eine, eine Switch rein, boah, schaut mal, wie cool, und zwar machen wir hier eine Switch rein, und natürlich ins Schlafzimmer auch nochmal eine, wir nehmen einmal die hier, hier hin, und die andere kommt natürlich nebens Bett, und auf die andere Seite nochmal, ich habe drei Switches, Leute, wie cool, Braxy, ich glaube, die Zeit ist gleich um, wir haben nur noch eine Minute, beeil dich lieber, du Doofkopf, so Leute, wir müssen auch nochmal ganz kurz hier schauen, was wir hier noch verbessern könnten, wir haben einen Pool, einen Helikopterstand, und hier drinnen ein Wohnzimmer, eine Küche, einen Essbereich, und was fehlt uns noch, Leute, fehlt uns noch irgendwas, komm, ein Bücherregal können wir als Design auch hier hinpacken, ins Schlafzimmer, so, sieht auch gut aus, Leute, und, oh, schaut mal, Leute, wir können uns sogar ein Hauerboard nehmen, wir nehmen sogar ein Hauerboard, und platzieren das direkt vor der Tür, Freunde, oh mein Gott, stimmt, wir brauchen auch noch Autos, schnell, ähm, Hauerboard, dann brauchen wir noch, ähm, ähm, einen Offroader, Leute, boah, das wird alles so cool, zack, unser Auto, schaut mal, und natürlich ein Motorrad, das darf ich, das darf natürlich nicht fehlen, Freunde, wir nehmen das Motorrad, und platzieren das hier hin, Braxy wird seinen Augen nicht trauen, was ich alles hab, Braxy, die Minute ist gleich vorbei, in drei, drei, zwei, eins, stopp, okay, mhm, bist du bereit, wir schauen uns zuerst deins an, weil du bist arm, warte, ich komme, bist du bereit, Braxy, ja, okay, drei, zwei, eins, okay, ihr müsst natürlich mitbewerten, schaut dieses Video bis zum Schluss, damit ihr mitbewerten könnt, Leute, okay, Braxy, wir schauen dein Haus an, was ist das denn, Braxy, was ist ne kleine Kuschelbude, Kuschelbude, du hast ja nicht mal nen Pool, du hast zwar Bäume, okay, Glas, aber dein Haus besteht aus Erde, und hier stinkts, Braxy, du hast nicht mal nen Sofa, nicht mal nen Bett, gar nix, oder soll, das ist unfair, ich hatte doch keine Baumaterialien, was soll das sein, soll das dein Bett sein, Braxy, mhm, hier lege ich mich kuschelig hin, das sieht ja übel dreckig aus, du bist so ein Schmutzfink, Braxy, das ist voll langweilig, was du gebaut hast, nein, das ist voll cool, cool, klein, aber fein, Mann, komm jetzt mit, ich zeig dir was cooles, Braxy, ich hab das coolste Haus der Welt gebaut, und es wird dir bestimmt gefallen, bist du bereit? Drei, zwei, eins, los, schau mal, Braxy, mhm, das ist mein Diamantengoldreichhaus, du hast das reichste und sicherste Haus gleichzeitig gemacht, mhm, da kann keiner durchkommen, Braxy, nur wenn ich das erlaube, schau mal, ich habe hier, wir gucken erst drinnen, Braxy, ich hab hier Laser, dass keiner hier reinkommt, hier hab ich ne Klingel, und hier kann man die Tür aufmachen, komm rein, Braxy, schau mal, wir fangen hier an, komm schon, das ist mein Schlafzimmer, schau mal, ich hab ein Himmelbett, wie cool das aussieht, das ist wirklich cool, du hast sogar ne Switch, ich hab sogar drei Switches hier, Braxy, und nen richtig großen Fernseher, das ist ja mega cool, übelst, und ne Minibar hab ich auch, schau mal, da rein, da ist, da kann man Colas und sowas reinmachen, dann gehen wir weiter zum, guck mal, das ist mein Wohnzimmer, hier kannst du dich hinsetzen, und hier können wir auch nochmal Switch spielen, und Fernseher gucken, boah, das ist ja mega, das ist richtig cool, Braxy, und komm mit, ich hab sogar ne Küche, und alles, und sogar einen Essbereich, da können wir dann essen zusammen, ich bin nicht da, mhm, und siehst du, ich bin hier wohl, siehst du schon draußen, Braxy, guck mal, ich hab Fahrzeuge, komm mit, komm mit, komm mit, warte, so, schau mal hier, ich hab nen Howerboard, ich hab nen Auto, ich hab nen Motorrad, haha, das hast du alles nicht, und jetzt musst du einmal hier mitkommen, Braxy, komm hier hoch, schau mal, ich hab sogar nen Pool auf meinem Dach, und Mitsprungbett, Arschbombe, richtig cool, und sogar, guck mal, den Helikopterparkplatz, was, Mann, du hast diese Challenge eindeutig gewonnen, ja, das Fliegen, na klar, Braxy, vielleicht nicht, Braxy, hör auf, vielleicht, Braxy, nein, 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 pass bloß auf, Braxy, das ist doch alles teuer, oh Mann, Leute, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt sagen, wer gewonnen hat, Leute, ich oder Braxy, wenn ich gewonnen hab, jetzt ein Abo da, und wenn Braxy gewonnen hat, dann lasst jetzt ein Like da, Freunde, aber ich glaub, ich hab gewonnen, Braxy, und das muss ich dir eigentlich noch sagen, ich hab dich gar nicht runtergezogen, weil dein Haus weg ist, ich hab gewonnen, und ich glaub, das ganze Geld hab ich auch gewonnen, und ich kauf dir dein Haus zurück und du kriegst es alles wieder zurück, wirklich, das würdest du für mich tun? Ich schenk dir das Haus und du musst nie wieder Miete zahlen, boah, du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann, Odi, danke schön, danke Braxy, Leute, helft euren Freunden immer, so wie in diesem Video, und wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, checkt diese zwei Videos hier oben ab, und natürlich meine Freunde in der Infobox, nicht vergessen, Leute, hab euch lieb, macht's gut, Tschüss! Tschüss!